Ihr seid auf der Suche nach den besten Gaming-Headsets für unter 50 Euro? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn heute stelle ich euch die besten Headsets vor, die ihr für unter 50 Euro bekommen könnt. Einige davon habe ich auch selbst schon getestet und kann sie daher mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Viel Spaß! Gaming ist definitiv kein günstiges Hobby. Headsets, Tastaturen, Mäuse, Controller, all diese Sachen werden gefühlt immer teurer. Aber ich kann euch nicht beruhigen. Auch mit günstiger Gaming-Peripherie kann man eine Menge Freude haben. Daher schauen wir uns heute mal die besten Gaming-Headsets im Preisbereich bis 50 Euro an. Solltet ihr auch Interesse an den besten Tastaturen oder Mäusen haben, lasst es mich wissen. Bevor wir zu den Headsets kommen, gebe ich euch aber einen kleinen Tipp. Finger weg von diesen ganzen günstigen 20-Euro-Headsets von Amazon, Ebay oder im allerstimmsten Fall solche komischen Teile, die man im Kauflande, Kick oder sonst wo kaufen kann. In den allermeisten Fällen sind die wirklich eine Schande und lohnen sich nicht. Wir werden uns vom Preis nach und nach hocharbeiten und fangen direkt mal am untersten Ende an. Das Charcon Rush ER3 kostet gerade mal 15 Euro und ist damit auch wirklich eines der günstigsten auf dem gesamten Markt. Ich sage aber direkt, bei diesem Preis dürft ihr keine großen Ansprüche haben. Das Headset gibt es in schwarz und weiß, ist mit 223 Gramm ziemlich leicht, hat immerhin ein stoffummanteltes Kabel, wird bei 3,5 mm Klinke angeschlossen und auch das Mikrofon ist für den geringen Preis echt mehr als brauchbar. Der Sound an sich ist aber relativ dünn und wenn ihr mich fragt, sollte ein Headset für 15 Euro wirklich die allerletzte Option sein, wenn es gar nicht anders geht. Investiert 10 Euro mehr und ihr könnt schon wirklich brauchbare Teile bekommen. Gesagt, getan. 10 Euro draufgelegt und wir sind im Preisbereich von 25 Euro angekommen. Auch hier kann ich wieder was von Charcon empfehlen. Zum einen wäre da das Charcon Skiller SGH2. Ein Gaming Headset, welches ich auch eine lange Zeit benutzt habe und auch bis vor ein paar Monaten meine Videos damit aufgenommen habe. Auch hier. Es ist immer noch ein sehr günstiges Headset, daher erwartet keine Qualität wie bei irgendwelchen High-End-Heads für über 100 Euro. Es ist vollständig aus Plastik und mit 390 Gramm vielleicht zum Rush Air 3 relativ schwer. Dennoch ist der Tragekomfort wirklich nicht schlecht. Es besitzt eine blaue LED-Beleuchtung und hat sogar eine verbaute Soundkarte und wird somit per USB angeschlossen. Was heißt das konkret? Naja, der Sound an sich wird direkt vom Headset erzeugt. Es spielt also keine Rolle, an welchem Gerät ihr das SGH2 betreibt. Der Sound ist immer der gleiche. Der Sound ist hier deutlich voller und kräftiger. Auch Bässe sind ganz gut vorhanden, auch wenn der Sound, je nach Musiktitel, nicht immer so differenziert und klar ist, wie er sein könnte. Für den Preisbereich ist das aber fast schon normal. Das Mikrofon ist leider nicht abnehmbar, dafür aber wirklich extrem gut. Am besten macht sich das Headset aufgrund des USB-Anschlusses am Laptop oder PC. Es kann aber auch an der Playstation genutzt werden. Dort muss es allerdings in einen USB-Anschluss an der Konsole selbst gesteckt werden. Ein Review zum Headset findet ihr übrigens auf meinem Kanal oder einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Wir bleiben erstmal bei Charcon. Und ja, ihr merkt schon, im Low-Budget-Bereich leistet Charcon wirklich gute Arbeit. Der Charcon-Skiller SGH1 ist quasi der Bruder des SGH2. Es wird per Klinkenstecker angeschlossen, ist also auch wirklich gut für Konsolen geeignet, ist mit 253 Gramm eine gute Ecke leichter, hat ein wirklich gutes und abnehmbares Mikrofon und außerdem wechselbare Ohrpolster aus Stoff im Lieferempfang. Der Sound dürfte hier aber etwas dünner sein, da es keine verbauten Soundkarte besitzt. Hier müsst ihr also einfach mal schauen, was euch wichtiger ist. Das Gewicht, abnehmbares Mikrofon, Beleuchtung oder whatever. Im Endeffekt sind aber sowohl das SGH2 als auch das SGH1 keine schlechte Wahl. Im Zweifel einfach mal beide bestellen und das, welches euch am wenigsten gefällt, zurückschicken. Lasst uns aber mal von Charcon ein wenig weggehen. Denn auch Lioncast macht gute Budget-Headsets. Das Lioncast LX20 ist ein extrem beliebtes Headset und wurde schon von einigen empfohlen. Und auch ich habe dazu schon ein Video gemacht und das ausgiebig getestet. Es hat sogar noch mal eine 2021 Neuauflage bekommen. Mittlerweile ist es schwarz-weiß und hat einen wirklich clean und modernen Look. Auch hier handelt es sich mit 232 Gramm wieder um ein wirkliches leichtes Headset, welches per Klinke angeschlossen wird. Die Ohrpolster sind zwar nicht die dicksten und weichesten, dafür ist das Headset aber insgesamt recht schmal im Vergleich zu anderen, würdigen Headsets. Bei dem Gewicht fällt es also auch zum Kopf kaum auf. Der Klang war in Ordnung, nichts weltbewegendes, aber auch hier darf man einfach den Preis nicht vergessen. Das Mikrofon ist abnehmbar und auch mein persönliches Highlight des Headsets. Ich habe noch einmal in die Testaufnahme in meinen Review reingehört und ohne Witz vielleicht noch einen Rauschentferner bei Tonaufnahmen verwenden und dann könnt ihr locker eure ersten Videos oder eure ersten Streams mit dem Mikrofon vom Lioncast LX20 aufnehmen. Für 27 Euro erhalten wir also bei Lioncast ein wirklich solides Headset, bei dem vor allem das Mikrofon und die Optik überzeugen können. Schauen wir doch mal, was es so im Preisbereich von 40 Euro gibt. Und da könntet ihr euch ja mal das Logitech G332 anschauen. Es ist ebenfalls vollständig aus Plastik, bis auf den Kopfbügel, der ist aus Metall. Was ihn zumindest schon mal deutlich haltbarer macht. Mikrofon ist in Ordnung, aber leider nicht abnehmbar. Immerhin könnt ihr es hochklappen. Vom Design her ist es relativ unauffällig. Mit einem Gewicht von 303 Gramm ist es weder besonders schwer noch besonders leicht und mit dem Klinkanschluss ist es perfekt für Konsole oder für den PC und Smartphone. Der Sound soll okay sein, ich selbst kann es aber nicht beurteilen, da es schon zu lange her ist, als ich das Ding mal in der Hand hatte. Ich verlinke euch mal ein gutes Review vom Kanal Gamers Gear in der Videobeschreibung. Und viel mehr Empfehlungen kann ich euch ja leider momentan gar nicht geben. Technikprodukte sind momentan einfach extrem teurer geworden und daher gibt es echt wenig Auswahl, was Headsets bis 50 Euro angeht. Ich möchte euch jetzt aber nicht einfach so wegschicken mit den paar Headsets, die ich euch gezeigt habe. Zum einen möchte ich euch noch ein paar Modelle nennen, die ich zwar nicht beurteilen kann, aber trotzdem vielversprechend aussehen. Das Shakun SGH-30 ist im Grunde eine aufpolierte Version vom SGH-2. Für 5 Euro mehr erhält man mehr Beleuchtung, weniger Gewicht, eine modernere Optik und einen Popschutz für das Mikrofon. Ja nice, der Popschutz kostet wahrscheinlich 3 Cent. Well done, Shakun. Aber im Ernst, wer nochmal 5 Euro mehr investieren will und Interesse am Skiller SGH-2 hat, kann ja auch mal einen Blick auf dieses Teil werfen. Auch zum Astro A10 kann ich nicht so viel sagen, zumindest sieht es für knapp 50 Euro relativ vielversprechend aus. Und außerdem gibt es das Teil in einem richtig coolen Zelda Breath of the Wild Look. Das wiegt 346 Gramm, ist Discord-zertifiziert und wird bei Klinken-Kabel angeschlossen, welches sogar abnehmbar ist. Schaut euch dazu einfach mal ein paar Reviews an, aber optisch macht da schon einiges her, wenn ihr mich fragt. Zu guter Letzt habe ich noch folgenden Tipp. Solltet ihr keine guten Gaming-Headsets finden, dann könnt ihr es ja im Namen der Kombination aus Kopfhörern und externem Mikrofon probieren. Sogenannte Studio-Kopfhörer für 30 bis 40 Euro machen klanglich meist deutlich her als die ganzen 30 Euro Gaming-Headsets. Dazu noch ein günstiges Anstellmikrofon für 10 Euro oder ein USB-Mikrofon für 30 Euro. Dann könnt ihr auch ein richtig geiles Gaming-Erlebnis haben, ohne nerviges Mikrofon oder Schnauze. Die AKG K52 soll nicht schlecht sein. Oder alternativ die One Audio Over-Ear Kopfhörer, welche ich auch selbst privat schon im Test hatte. Die saßen wirklich bequem und hatten einen guten Klang. Behaltet also auch diese Option mal im Hinterkopf. Ihr merkt, Gaming kann teuer sein, wenn man aber die Augen auffällt, kann man auch gute Sachen für wenig Geld bekommen. Ich hoffe, meine Auswahl an Headsets konnte euch ein wenig bei eurer Entscheidung helfen. Ich habe euch alle Headsets in der Videobeschreibung verlinkt. Und solltet ihr noch Fragen haben, stellt es in den Kommentaren oder joint meinen Discord-Server und fragt dort. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! I've been up fighting my demons, and they be trying to put me in. Yeah, every night I've seen them. I won't back down, I'mma beat them. I've been up fighting my demons, and they be trying to put me in. Yeah, every night I've seen them. I won't back down, I'mma beat them. I'm starting to feel like a villain. Fighting myself, I'm not winning. Lately I've been...